Meine Siedlung wächst und gedeiht und ich hoffe, dass ich es endlich schaffe, auf diese andere Insel lieber zu spannen und dann endlich die Römer angreifen zu können. Herzlich Willkommen zu! Schön, dass die erste Römer noch ein bisschen steig ist, wenn nicht. Also, sehr veranfittig, weil er da bitte sich mal, ja, also... Ist das halt... Ich auch. So, naja... So, ich hab's bis zum Glück. So, ich hab's nicht fisch, ja, bitte um die drei Steine. Das ist ja nicht zu groß gewesen, aber ich hab's nicht fisch. Na gut. Okay. Ja. Das ist ein bisschen. Nein, das ist nicht so gut, oder? Ich hoffe, dass der auch so ein bisschen dauert. Das ist nicht so gut, dass ich da auch sage. Ja, so zehn Prozent. Das ist ein alter Beflaster. Ich wollte es nicht so gut machen. und 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 Geh! Das war's für heute. Wir füllen auf den Platz. Aufstehen wir schießen. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020